Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich habe jetzt praktisch gar keine Pause gemacht und habe direkt die nächste Aufnahme gestartet. Geht weg. So. Und jetzt können wir erstmal hierüber alles nochmal absuchen. Ja, ich weiß, dass das ein seltsamer Stein ist. Ihr seid so scheiße zu mir. Aua, geht weg. Ah, fucking. Fucking. So, hier können wir tauchen. Kriege ich hier noch ein paar Herzen? Ja, von dem Goomer, wenn wir draufspringen. Oh. Und poing. Herz. Ach, wir können eh keine... Wir können eh keine Rubine mehr tragen. So. Sehr schön. Alles Chlor. Schon der große Schlüssel. Wow. Was haben wir denn hier für einen Endboss überhaupt? Das weiß ich gar nicht. So. Wieder zurück. Aber wir können noch ein Herz abstauben. Wir können noch ein Herz abstauben. Und zwar... Jetzt. Boing. So. Boing, 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 boing. Boing. Geht weg. Boing, 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 boing. Sehr schön. Da, wo sich die vier Fackeln treffen, können wir tauchen. Ja, das haben wir rausgefunden. Boing. Shit. Die. Kacke. Boops. Oh. 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 Geh auf. Geh auf. Oh. Kacke. Oh. So. Spring. Spring. Oh, fast wieder runtergefahren. Oh. Ähm. Ja. Moment. Moment, Moment, Moment. Keine Herzen. Hahaha. Nee, das funktioniert nicht, was ich hier gerade vorhatte. Was ich hier gerade im Kopf hatte. Weg. Alle. Och. Drei Herzen wieder. Wenigstens das Gepiepe hört auf. Das war's mit meinen drei Herzen. Sehr schön. Äh. Darüber. Und ein paar Rubine. Okay. Was war denn hier nochmal? Okay. Nichts. Nichts. Alles klar. Alles klar. Können wir hier nicht noch irgendwas verschieben? Nö. Ah. So. Weiß nicht, ob das so geplant sein sollte, aber... Ähm. Immerhin... Kommen wir jetzt hier rüber an die Kiste. Wir können uns noch einen kleinen Schlüssel holen. Und dann können wir wieder zurück. Und können... Lalalalalala... Und können... Und können... Okay. Des Lätzels Rösung. Hahaha. Können wir hier nicht irgendwie so raus? Nö. Ich muss außenrum. Tatsache. Ich muss Tatsache außenrum. Aber jetzt kann ich doch bestimmt irgendwas hier verschieben. Was? Hä? Ach, wartet. Hm. Na, hinspring doch. Wartet mal. So. Einfacher für die Daumen. Und roh. Oh. So. Was mache ich denn? Puh. Und ab. Aua. Blödsack. Ab nach hier. Nein. Da muss ich überkehren. Da muss ich überkehren. Aua. Aua. Geh weg. Oh Gott. Aua. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ach ja. Jetzt muss ich... Ja. Genau. Da war ja was. Da war ja was. Puh. So. Oh Gott. Schon wieder die Fische hier. Uh. Was war das denn? Nein. Nein. Geh weg. Oh. Hab ich dich hart genutzt, wa? So. Gib mir mal ein paar Erzen. Oh. So ein Sheet. Nein. 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 Geh weg. So. Jumps. Oh. So. Jetzt. Gehen wir hier kurz runter. Ach guck mal. Jetzt können wir hier noch ein paar Herzen farmen. So. Dum dum dum. Ba dum. Ba dum. Oh. Boing boing. Haha. Two of a kind. Was war denn hier hinten nochmal? Ach ja. Genau. Ach ja. Genau. Ach ja. Genau. So. Das waren Pfeile. So. Zack. Ähm. Ich hätte gern mein Schwert wieder da. Und. Ähm. Bomben. Bomben. Mach Bomben. Bomben. Was zum. Wie funktionieren die denn? Äh. Ah. Mach das Auge auf. Mach das Auge auf. Mach das Auge auf. Fies. Fies. Mach das Auge auf. Aua. Wie fies. Mach doch mal das Auge auf. So. Oh Gott. Oh Gott. So. Äh. So. Äh. Wie fies. Der trifft mich immer wieder. So. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Mach doch die Glotzen auf. Du Arschkramper. Na. Nein. Spinnen. Spiii. Okay. Das geht echt nur mit dem. Mit dem Haken. Nein. Oh fuck. Komm. Mach die Glotzen auf. Mach die Glotzen auf. Jawoll. Gibt es mir ein paar Herzen wenigstens. Oh eins. Überhaupt nicht Knauser. Ah. Komm. Mach das Auge auf. Mach das Auge auf. So. Weißt du was? Machen wir anders. Weil. Ich kann da noch schnell ausweichen. Oder so. So geht das auch. Oh Leute. Dieser Gegner ist Gott sei Dank überhaupt nicht nervig. Aha. Oh Gott. Die Augen auf. Die Augen auf. Zweimal getroffen. Muhahaha. Komm her. Komm. Nein. Nein. Bleib weg. Bleib weg. Ah. Mach das Auge auf. Du solltest mal zum Augearzt. Hahaha. Ha. Augearzt. Verstehst du? Auge. Auge. So. Es wurde aber mal Zeit, dass wir hier ein Portsystem bekommen. Puh. Okay. Haben wir noch einen Schlüssel? Nope. Leute, 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 Leute. Höhö. Gib mir mal ein paar Herzen. Dankeschön. So. Und boing. Danke. Ach ja. So. Budum. Budum. Ah. Der Stein hat ja ein Schlüsselloch. Vermutlich braucht man hier einen Schlüssel. Das ist scheiße. Jetzt muss ich doch wieder zurück. Schitteln. Schitteln. So. Aber gib mir mal noch ein Herz. Ach. Ich muss springen können. Kotzen. Zum Kotzen ist das. Zum Kotzen. Zum Eierkuchen kotzen. So. Geht mal weg da. Beide. Oh. So. Ah. Boing, 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 boing. So. Äh. Oh. Sehr schön. Oh. So, Schidi. So, Schidi. Dies Game. Also nicht das Game, sondern dies, äh. Raum. Ach ja. Da war ja was. Da war ja was. Gibt's hier noch einen Raum, wo wir noch nicht drin waren? Ja, da ganz links. Aber wie kommen wir da hin? Hm. So. Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas drunter. Oh, ne Fee. Ich kann sie nicht einsammeln. Fies. Fies. Ähm. Dann erstmal zurück zum Eingang. Dann erstmal zurück zum Eingang. Hm. Lala. 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 So. Hier war nämlich noch irgendwo eine Kiste. Und zwar da links. Geh weg. Geh doch einfach weg. Ach, natürlich. Wartet mal. Natürlich war da noch eine Kiste. Ähm. Hier runter. Bum, bum, bum. Warte. Hä? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Das ist schlimm. Ich fall vom Glauben ab. Oh, nein. Komm schon. Wenn das ja nicht ganz plötzlich so schnell gehen würde, ne? Wäre das Ganze etwas angenehm mehr. Geh weg. So. Oh, wo war denn dieser Raum jetzt nochmal? Kacke. Panik. Hier nicht. Da auch nicht. Mua. Ist ja schlimm. Der Part ist ja schon fast wieder vorbei. Und ich bin immer noch nicht hier draußen. Ah. So. Down. Alles klar. Down. Geht mal. Alle weg hier. Alle mit. Allesamt. Alle miteinander. So. Hier jetzt nach links, ne? Du gehst auch mal weg. Hier jetzt nach links. Auch nicht. Aua. Da. 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 Da spart man sich einen Haufen an... 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 Zeug. So. Erstmal hier. Alles plätten, was zu plätten geht. Und alles holen, was zu holen geht. Falls hier noch irgendwo Herzen drunter sein sollten, sind sie mir. So. Und den letzten Schlüssel. Oh Gott. Ich hab den letzten Schlüssel gefunden. Oh Gott. Dieses... Dieses Dungeon ist einfach nur böse. So. Ich werd jetzt noch bis zum Bossraum gehen. Ne. Zum Bossraum gehen. Und dann... Du... Du... Weiks. Mal so langsam den Part beenden. Geh weg. So. Nanananana. Nanananana. Och. Herzen. 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 Noch mehr Herzen? Nö. Ein anderthalbes hätte ich jetzt noch genommen. Jetzt müssen wir hier runter. Okay. Lass mich da runter. Dum dum dum. Bo dum 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 dum. Boing. 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 So. Sehr schön. What the fuck? What the fuck? Lasst mich in Ruhe, ihr kleinen Pisskackärsche. Kommt da. Weg da. So. Ähm. Plätten. 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 Und rein da. Lalalala. 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 Jetzt hab ich nämlich den letzten Schlüssel. So. Zack. Ja. Oh. Und hier werde ich den Part jetzt beenden. Tschö, tschö, tschau, tschau. Sagt euer Mr. Mr. Nightbox. Oh Gott. Dieser Tempel. Dieser Tempel.